Heute versuchen alle Shooter zu Tilschweiger zu holen. Ich habe schon gedacht, hoffentlich werden unsere Shootouts, also unsere Action-Szenen, unsere Schießereien so, wie ich mir das vorstelle. Und da war ich halt immer wieder da vorm Drehen und habe immer geguckt, wo sie die Einschüsse hinbauen und ob auch alles da ist, was ich angefragt habe und so. Und das ist aber, das hat super funktioniert. Hey, das ist ein Sieg auf ganzer Linie! Wir werden an die 800 Sprengsätze montiert in den fünf Tagen und dann werden wir hier vier Tage drehen. Letztendlich ist jeder Tag SFX eine große Herausforderung, weil natürlich die Action-Szenen toll aussehen müssen. Also gerade Shooting-Action, die du so in Deutschland sowieso noch nicht, aber auch international echt selten geboten bekommst.